Wie ihr wisst bin ich ja gerade in Florida und einfach direkt neben meiner Unterkunft ist einer dieser bekannten Dollar Stores und ich glaube ich muss euch da jetzt unbedingt mit hinnehmen und zeigen was es dort alles gibt denn es gibt nichts besseres auf der Welt als amerikanische Supermärkte ihr werdet sehen hier gibt es alles von diesen bekannten Erdnussbutter Süßigkeiten Reese's aber statt was ungesundes habe ich heute erstmal diesen gehypten Naked Smoothie genommen oh mein Gott ich verstehe nicht was die immer mit diesen Gurkensnacks hier haben nachdem ich an den geilsten Kaffeesahnen vorbeigekommen bin habe ich gesehen hier gibt es Skittles zum Trinken und schnell gemerkt hier gibt es einfach jede Süßigkeit als Pulver zum Trinken nachdem ich noch jede Sorte Pop-Tarts und Reese's Schokoriegel gefunden habe habe ich das ekligste in ganz Amerika gefunden und zwar Sprühkäse dann ging es aber in meine Lieblingsabteilung die Süßigkeitenabteilung diese Schokoriegel, diese mit Sahne gefüllten Haferkekse und diese Chipser Heuschokokekse sind einfach das Beste ever, aber seit wann gibt es blaue Takis? diese Macaroni & Cheese sind so lecker und die gibt es einfach auch mit Cheetos in dem Rest des Ladens gibt es einfach nur noch ein bisschen Deko und anderes Zeug kommentiert was ich euch davon mitbringen soll